ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge trains in world 4 mit mir zusammen ich bin der denn ich spiel das hier auf dem pc wir haben heute die aufgabe an diesem späten abend in augsburg hauptbahnhof an dem wir gerade ankommen unseren re weiter bis nach münchen hauptbahnhof zu fahren über münchen parsing und zwar handelt es sich dabei um den altbekannten münex samt steuerwagen ich habe versucht das mit steuerwagen voraus zu fahren das ist leider nicht möglich ich habe alles versucht dann habe ich mir gedacht okay machen wir es dann mit log voraus der expert 101 die log muss sich auch erst tauschen weil im zugverband sedator ließ sich die 101 expert irgendwie nicht auswählen ich musste mir die münex regio wagen im kletus club suchen ich musste mir den steuerwagen suchen und 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 ja das alles für euch an diesem dienstag den 13 28 24 20 wir haben wie gesagt die aufgabe diesen zug bis nach münchen hauptbahnhof zu fahren es ist 19 uhr und irgendwas hier in augsburg hauptbahnhof auf der strecke münchen augsburg und ich würde sagen wir machen ein kleines schickes foto die sonne geht unter wir kommen gerade in augsburg an haben auch jetzt die aufgabe unseren zug weiter an den bahnsteig gefahren und dann bis nach münchen weiter zu fahren würde sagen das machen wir jetzt auch steigen ein also ihr müsst euch vorstellen dass wir hier gerade in augsburg ankommen müsst ihr es nur noch die zugdaten eingeben und da können wir eigentlich auch schon losfahren und zwar machen wir da die 9 18 6 und 20 und die 20 soweit wir können jetzt 200 fahren mit dem re so dann setzen wir uns auf unsere poppets machen die afb noch ein diese natürlich auf 20 weil wir noch halt zeigen das signal vor uns haben wir gleich runter geregelt werden per pzb lösen die bremse und dann müsste es eigentlich auch losgehen wir können natürlich noch die zugdaten hier eingeben das machen wir mal eben und zwar ist das machen wir daraus den 1935 einfach mal fantasie melden das ganze an hier auch das gleiche 1935 so und dann würde ich sagen geht's los wenn die lok uns lässt ja ich denke das sieht gut aus sehr schön da können wir eigentlich schon mal zum ende des bahnsteigs fliegen dabei immer mal wieder die sie verdrücken und finde ich stehen bleiben so befreien ist natürlich klar dass was nicht können wir von rotes auf einer zeit nicht signal zu fahren sie verdrücken ist schön wie wenn es gleich in den 500 herz magneten reinfahren beziehungsweise sie wird gleich aktiv und da werden wir bis auf unter 24 sollen wir dann bleiben und dann sind diese 20 die ich da als afb eingestellt habe glaube ich gar nicht so verkehrt so müssen wir jetzt gleich ankommen ja unser zug bewegt sich das ist gut den quittieren war einmal zur vorsicht und da seht ihr wir menschen runter geregelt so wir wollen noch schön ihr wissen ist hier vorne vor wird auch der ganze zug im bahnhof steht wunderschön wunderschön ich liebe es wenn plan funktioniert ich denke das dürfte dann auch genügen die zähl auch ausfahrt der mod ice ach geil so wir sind ja angekommen würde ich sagen geben wir rechts die türen frei legen jetzt eine gute bis in münchen jetzt hier ja ich denke das gleicht sieht doch gut aus so klingt sogar spontan grün da legen wir uns noch einen wegpunkt über parsing weil wir sind ja ein re müsste hier irgendwo sein der parsinger bahnhof da das parsing es ist nicht gültig können wir hier vorbei ist auch nicht gültig es könnte sein dass es jetzt nicht geht das geht sehr schön gut dann haben wir soweit die türen müssen wir wahrscheinlich selber öffnen genau machen wir das müssen ja nicht alle öffnen aber halt ein paar ich hoffe der schließt sie dann gleich wenigstens wieder so so dann habe ich das vorhin endlich soweit gehabt habe es auf angefangen zu aufzunehmen und alles hier mit den türen öffnen da sehe ich dass der steuerwagen umgedreht ist also falsch rum ich denke das kann nicht das kann nicht wahr sein so ich denke die fahrgäste hatten jetzt auch gelegenheit genug hier einzusteigen die tür geht irgendwie nicht auf rachte teufel warum dann würde ich sagen versuchen wir jetzt mal die türen zu schließen ob das funktioniert bin ich jetzt mal gespannt ob wir die wieder alle selbstständig schließen müssen wahrscheinlich müssen wir erst wieder es ist bloß die müssen wir wieder alle schließen ich kriege einen hammer wahrscheinlich müssen wir alle selbstständig schließen ach das ist ein elend ach okay dann ist das halt so das ist jetzt halt der nachteil bei dem wagen aber es gibt schlimmeres glaube ich mit parsing öffnen öffnen wieder nur ein paar türen und dann sind defekt es war ein bisschen nervig jetzt aber lässt sich jetzt halt auch nicht ändern der an dieser stelle die ist zu die müssen wir die müssen wir da so dann gehen wir nochmal rum gucken ob jede tür zu ist jetzt das sieht eigentlich gut aus ja das sieht gut aus dann würde ich sagen sind wir glatt abfahrbereit los geht's lösen die bremser und wie sagen wir haben ausfahrt und nächste halte münchen parsing so dann kommt schneller werden glaube ich haben es befreit immerhin auf 60 wunderschön wunderschön mindestens das klappt ach die zugsammel so zugsammelschiene muss natürlich ausgemacht werden die zugsbeleuchtung einstellen wunderschön wunderschön LZB jetzt bin ich ja mal gespannt jetzt könnten wir ja normalerweise die Hebel auf den Tisch legen willkommen auf der Schnellfahrstrecke SIFA müssen wir natürlich noch drücken kommt uns ein IC3 entgegen sehr sehr schön in hier 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 ach geil einfach geil wunderschön hier 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 So, da fahren wir hier mit unserem Mühnex in München-Nübeck. München-Nürnberg-Express auf dem Weg von, könnt ihr euch jetzt selber aussuchen, Ulm oder, ja wobei Ulm, ja Ulm, wir sind von Ulm Richtung München unterwegs, genau, das passt schon. Wir sind in Ulm gestartet über Augsburg, München-Parsing und München-Hauptbahnhof, genau, so machen wir es. So, Höchstgeschwindigkeit hier auf dieser Strecke 230. Wobei wir natürlich nur 200 kmh führen dürfen, weil wir Personenbank hinten dran haben. Ihr seht, die LTB 200, deswegen werden wir auch nur 200 kmh fahren. Und ich habe selbst in den Zugdaten auch eingegeben, wo 200 kmh, deswegen werden wir gar nicht schneller fahren dürfen, normalerweise. So. So, dürften jetzt die Höchstgeschwindigkeit ungefähr erreicht haben, noch mehr wird es auf keinen Fall. Der Schnell CRE Deutschlands, der Münex, wunderschön, wunderschön. So, dieses Video ist natürlich wieder eine 4K-Auflösung. Ich hatte das vor, gestern in dem Video, wo wir das Szenario gefahren sind, vergessen umzustellen, weil ich muss das ja beim Live-Stream immer leider immer umstellen, auf HD. Und das habe ich leider vergessen, dann bei dem Video wieder umzustellen und ja, dann hatte ich leider kein 4K. Ich bitte das nochmal zu entschuldigen. Aber wir können auch eigentlich ohne HD fahren. Schön, wie die Sonne darunter geht. Einfach nur wunderschön. Sehr, sehr schön. Übrigens habe ich eigentlich die Stör-Dingsbums in. Wir werden das jetzt nochmal sehen. Wie ging das jetzt nochmal? Da, die ist aktiv. Allerdings im niedrigen Stör-Faktor, oder Chaos-Faktor. Das ist hoffentlich jetzt nichts größeres passiert. Wunderschön, wunderschön. Also wie gesagt, ich hatte das versucht, mittels Steuerwagen, dass wir also mit Steuerwagen fahren. Also voraus fahren. Das hat so semi geklappt. Ich hatte zwar die Wagen dafür, ich hatte auch den Steuerwagen, alles schön in der Lackierung, alles gut. So wie ich jetzt auch habe. Die Lok hinten dran. Ich habe dann auch die Lok, die habe ich nicht mal an die Wagen ranfangen können, weil ich musste ja die Lok tauschen. Weil ich nicht die X mitnehmen konnte im Zugverband-CD-Tor. Frag mich nicht warum. Musste die Lok tauschen. Habe das dann auch gemacht. Ich habe die Traktionssperre nicht rausgekriegt. Zum Verrecken nicht. Und dann habe ich mittels 363 diese Lok, mich an die 101 gekoppelt. Die dann an die Wagen ran geschoben. Alles schön gut konnte koppeln. Kriegte aber keine Leistung. Beziehungsweise konnte mit dem Steuerwagen nicht losfahren. Das war irgendwie ein bisschen komisch alles. Und dann habe ich mir gedacht, komm, machst du. Fest halt mit der Lok. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Fahren wir mit der Lok. Schön mit dem Munex. Und das funktioniert. Tadellos, wie ihr seht. Also wenn ihr das im Zugverband-CD-Tor macht. Ihr könnt die 101 Expert dort nicht auswählen. Fragt mich nicht warum. Dann müsst ihr dann, wenn ihr den Zug gespawnt habt. Einmal den Zug, beziehungsweise die Lok tauschen. Und dann halt die Lok an die Wagen ran fahren. Das funktioniert ohne Probleme. Auch der Stromabnehmer bleibt so, wie er ist. Da passiert nichts. Und dann könnt ihr ganz normal dann den Zug fahren. Oh, ähm, wieder Zugerholung. Sehr, sehr schön. Ach, wie geil. Schaut euch mal die Sonne an. Das ist so schön. Das ist doch ein Bild für die Götter, oder? Das ist doch so saugeil. Das ist doch so saugeil. Was ein wunderschönes Bild, Leute. Sagt mal ganz ehrlich. Schreibt es in die Kommentare. Ist das geil oder ist das geil? Das ist so schön, oder? Das ist so wunderschön. Dazu die Sonne, die untergeht. Das ist ein Traum. Das ist so geil. Das kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Das ist so schön. Wirklich. Das ist... Das so hinzukriegen. Das ist... Dass das so kommt vom Timing her auch. Das ist... Einfach geil. Wunderschön. Wunderschön. Wir haben viel später jetzt auch nicht sein dürfen. Ganz ehrlich. Viel später jetzt auch nicht sein dürfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, das wird doch das Thumbnail, bin mir schon relativ sicher, weil das ist wirklich einzigartig. So, wie viele Kilometrechen haben wir denn noch? 31? Ach ja, das ist ja noch ein bisschen. So, bin gespannt, wie das mit Parsing klappt, ob wir da anhalten können. Wo wir da anhalten überhaupt? Wegpunkt habe ich gelegt, aber ob der richtig ist? Puh, ist die nächste Frage. Okay. 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 So, so langsam wird es noch dunkel. Also diese Schnellverstrecken sind einfach geil zum Fahren. Das ist Kassel, Würzburg, München, Augsburg, Köln, Düsseldorf. Das sind auch Verstrecken zum, ja, zum sich zurücklehnen und den Finger auf den Sieberknopf haben. Mehr brauchst du nicht machen, es ist einfach so. Und dann index auch schon mal kurz, ja, zum sich herum das hier. So, und es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch eine Tour geben. Sehr wahrscheinlich wird es diesmal das Rheinland, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Das wird sich aber alles, wenn dann sowieso erst so im Zeitpunkt Oktober abspielen. Wahnsinn, das ist ja auch schon fast wieder vorbei. Kommt jetzt noch September, Oktober, November, Dezember, vier Monate, dann war es das schon wieder. Wahnsinn wie die Zeit vergeht. Es ist echt Wahnsinn. Die Zeit fliegt. Mein Sohn kommt diesmal in die Schule. Das ist der brutale Wahnsinn, wo die Zeit geblieben ist. Man kann sich das nicht erklären. Das ist der Hammer. Es gibt Bewegungen in die Sache und zwar Geschwindigkeitsveränderung auf 160 Stundenkilometer bzw. kmh. Das sind jetzt noch genau 19 Kilometer. Das passt. Die LZB sieht das natürlich oder registriert diese Geschwindigkeitsveränderung natürlich viel, viel früher als das menschliche Auge. Deswegen ist die LZB unerlässlich bei Geschwindigkeiten über 160 kmh. Das ist absolut notwendig, weil der Lokführer das einfach so schnell bei den Geschwindigkeiten gar nicht sehen kann auf den Signalen. Die Geschwindigkeitsveränderung, bevor der das gesehen hat, hat der schon den Zwangserkassiert bzw. ist vielleicht sogar schon über das rote Signal oder so geschossen oder an den nächsten Weichen entgleist. Man will sich das gar nicht vorstellen. Also solche Erfindungen sind schon, die sind lebensrettend. Die sind einfach lebensrettend. Man kann man dazu nicht sagen. Oh, ist jetzt die PZB vorbei. Ende, ja. Dann sollten wir aktiv werden. So, wir müssen die AFB jetzt nochmal runterregeln und nochmal neu hochregeln oder wie ist das jetzt? Nee, brauchen wir nicht mehr. Er beschleunigt schon wieder. Gut. So, jetzt sind wir wieder in der PZB-Überwachung. So, wenn wir gleich acht oder sieben Kilometer noch bis München haben, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, weil dann kommt Parsing. Das wird das nicht verpassen. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. So, dann gleich über 30 Wenn du noch deine Küchi abfährst, schaffen wir die? Bisschen wir eigentlich schafft, die fährt keine 130 oder? Dabei doch, 160 schafft die auch locker. So, Parsing ist jetzt gleich in Sichtweite. Wollen wir ein bisschen langsamer werden hier. Ich bin mal gespannt jetzt, wo wir da anhalten. Guck mal, wir kriegen sogar einen Bahnsteig. Wie geil. Sehr schön. Sogar ein extra langes. Ach wie geil. Das hat ja wunderbar geklappt. Wunderschön. Wunderschön. So, es geht dann natürlich wieder mit den Türen hier los. Ach wir öffnen nur ein paar. Komm. Das war ein bisschen nervig, aber anders geht es halt nicht. So, das reicht. Welcher fällt jetzt hier als nächstes ein? Wir stehen bei dem zyklischen im Weg. 2018 der RE 57061. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, dann würde ich sagen, der Aufenthalt hier reicht auch. Es ist jetzt hier nicht so viel los. Können wir die Türen denn schließen oder funktioniert das nicht? Wahrscheinlich. Nicht. Gut, dann machen wir es wieder per Hand. Guck mal, die Quietsche hat schon wieder Ausfahrt. Egal. So, alle Türen geschlossen. Sieht gut aus. Sehr schön. Dann können wir losfahren. Nächster Halt, München Hauptbahnhof. Wunderschön. Tützi家. Tätigung. Protest. Netz cowboy und fly shelters. Tätig. Auch den Podcast. Jetzt sagt man ja unpackieren. Die Beade Ephra. Der Pro kara fahrer weiße kinetic. So, natürlich fahren wir mit dem Steuerwagen, weil München ist ein Kopfbahnhof, dann macht das schon Sinn? So, Gleis 17 werden wir einfahren. So, Gleis 17. So, dann kommen gleich die üblichen Geschwindigkeitsbeschränkungen 60, 40, 30. So, Gleis 17. Vorne wird die Quietschi, die werden wir nicht mehr holen. Oder doch, das ist die Frage jetzt, reicht das, wenn wir es gleich 60 haben müssen. Da kommen die wollen wir aber auf jeden Fall noch. Das Rennen gewinnen wir noch. Die muss ja eh HK Brücke und so weiter anhalten, hat sie eh Lust. Das ist schon längst aus der Sichtweite. So, zu befreien und da vorne wieder quittieren, wegen den 40 die auf uns zukommen. Einmal quittieren, dass wir das wahrgenommen haben. Also meiner Meinung nach bremst die AFB etwas zu stark. Aber das ist auch nur meine Meinung. Weil runter bis vor 25 muss ja eigentlich nicht unbedingt sein. Aber das ist wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich freue mich auf! Das war noch 30 Hier auch runter bis auf 19, 18, 17 Ich weiß nicht ob das sein muss, stehen ja fast 30 und nicht 20 So hat uns die Quitsche wieder geholt Sehr sehr schön Ach guck mal, ich habe fast das richtige Gleis ausgewählt Wir brauchen nur einmal, weil ich hier wechseln Wir sind fast geradeaus in den Bahnhof gefahren Da wartet nie C3, da wartet nie C3 Ordentlich Fernverkehr hier Sehr schön Das hätten wir so weit Können wir jetzt die Türen öffnen Der Rest macht der Kollege So Vorne auch los Doch So Gerade ein bisschen Performance Problem hier Merke ich gerade So Ich mache das Ich mache das Schrauben Ich mache das Schrauben So Ich mache das so öffnen wir hier noch alle türen doch alle fahrgäste aussteigen können was er die tüte hier das ist so ein mysterium mit der türen das ist wirklich lassen wir das so damit hätten wir das soweit das war unsere fahrt mit dem münex von augsburg beziehungsweise von ulm über augsburg über münchen basing hier bis nach münchen hauptbahnhof ich hoffe es hat euch gefallen diese etwas ungewöhnliche zusammenstellung wenn ja wäre das natürlich sehr schön wäre schön wenn ihr ein daumen nach oben da ist wenn ihr feedback in form von kommentaren da lässt was euch gefallen hat was euch weniger gefallen hat wenn ich öfter solche szenarien machen soll schreibt es gerne in die kommentare das war es auf jeden fall mit diesem video mit diesem szenario wenn es euch gefallen hat wie gesagt lassen daumen nach oben da habt noch eine schöne woche hat einen schönen montagabend beziehungsweise wenn ihr seht dass das seht ist dienstag ich habe das vor produziert weil ich morgen nicht da bin deswegen wenn ihr das seht es ist bereits dienstag ich wünsche euch noch einen wunderschönen dienstag wünsche ich eine wunderschöne restwoche passt auf euch auf hat eine schöne zeit euer denn ich spiel das haut rein schau servus und tschüss